Wir basteln mit Crepe-Papier für eine Lichterkette Blütenblätter. Wie dieses hier auf dem Foto, das werden wir mit Crepe-Papier herstellen. Dafür benötigen wir einmal die Vorlagebögen, das sind die Blätter der Blüten. Dafür brauchen wir ein Bleistück und eine Schere und etwas Karton oder Pappe. Wir pausen erstmal diese vier Blätter ab. Und natürlich brauchen wir noch eine Lichterkette. Und Kleber. Nicht vergessen unser Crepe-Papier mit verschiedenen Tönen. So, nun pausen wir unsere Blätter hier ab. Das machen wir als erstes. Schneiden sie dann aus. налue B was sie das in ac dann haben wir unsere Blütenblätter A, B, C, D und schneiden die erstmal aus und schneiden die Das war's für heute. So, nun haben wir unsere Blütenblätter ausgeschnitten, nun benötigen wir ein Stück Pappe oder Karton. Dann werden wir unsere Blütenblätter nochmal darauf zeichnen und unser Karton abschneiden. Ich habe hier einen Stück schwarzen Karton. Dann werden wir unsere Blütenblätter hier drauf legen und auch nochmal abpausen, einzeln. Und... ... 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 dann haben wir unsere vorlagen soweit fertig so von jedem blatt und von jeder blüte machen wir in jeder farbe vier stück wir haben hier jetzt zum beispiel unser lila das werden wir hier auf unser crepe papier legen und vier von der sorte machen auch wieder mit bleistift aufzeichnen und vorsichtig schneiden weil crepe papier reißt sehr schnell hier schon ein rest seht ihr also von jeder farbe vier stück dann haben wir hier unser helles lila crepe papier das machen wir dann mit dieser blüte und dann habe ich hier noch etwas in pink dann machen wir auch noch vier von von der farbe und für die blätter nehme ich grünes crepe papier das zeichne ich dann alles noch mal aus wie die vorlagen und schneide sie aus und zeige euch dann im zweiten video wie ich sie zusammensetze